Ich glaub das nicht, wirklich. Du warst dir so sicher, dass du das nicht willst. So sicher, dass wir uns nicht nur einmal, sondern wie oft voneinander getrennt haben. Und jetzt kommst du hier an, während ich schon halb im Zug bin und sagst, dass alles anders ist? Das geht so nicht. Nein, nicht zwischen Tür und Angel. Es geht um ein Kind. Okay? Wer sagt mir denn, dass du das nächste Woche dann doch nicht willst? Ich weiß, dass ich's will.